So und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal irgendwo so ein paar Löcher rein, oder? In die Wand. Ja, einfach Löcher. Ja, einfach mal so ein Stück rausreißen. Wir müssen auch noch den Dreck links weg machen. Ja, das muss man auch noch. Aber wir sind ja noch längst nicht fertig. Okay, hab ich den Dreck gefunden. Oh, okay, hi. Nein, nicht! Oh mein Gott. Ich hab nichts gemacht. Nee, Alex war das auch. Hab das schon gemerkt. Was ich? Nein, ich hab gar nichts gemacht. Alter, ich hätte sterben können. Oh! Jetzt hab ich wirklich runtergefallen. Ich will nicht auch noch mal in der Level verlieren? Sie ist doch vorhin auch mir die Schuld gegeben. Ja, da warst du sie auch. Nee. Dann da draußen so einen Lianen runterlaufen lassen. Ja, mein ich ja. Ich hol mal ne Schere. Warte, 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 warte. Warte, ich mach ein bisschen hier so in der Mitte so ein bisschen hoch. Wow, nicht runterfallen. Oh, shit. Ich hol mal meine Schere. Nee, ich hab glaub ich keine mehr. Die hab ich dir gegeben, oder? Ja, dann hol halt meine Schere. Wir haben die getauscht. Fair getauscht. Ja, gegen ne Schaufel, die fast kaputt war. Das weiß ich noch. Ist doch fair, oder? Ich glaub, es war ne Steinschaufel. Ja, und? Ähm. Ist die oben bei dir im Haus? Du hast ja gar kein Dach. Ich dachte, du hättest ein Dach. Nee, muss ich auch noch fertig machen. Du hast ja einen Archemiestand. Dings da. Ja. Was ist das denn hier? Gebaut. Ist das gebaut? Warum? Nee, ich hab's geklaut. Ah, hier sind sogar noch Weins. Hast du sogar. Aber, ah, da ist die Schere. Okay. Ich hab die im Texture Pack gar nicht erkannt. Oh, shit. Hihihi. Hm. Aber hier sind schon mal erst mal neun, auf jeden Fall. Pff. Nimm Daddy sich ja einfach so. Da, 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 da. Du hast mir das erlaubt. Mhm. Ja. Ich hab's auf Band. Du auch. Mhm. Ja. Ich glaub dir, erlaub ich die Schere zu nehmen. Ja, hab ich ja. Ach so, die Weins. Ja, die mach ich jetzt an die Tür. Ich würde das, die Platte hier müssen wir noch mindestens eins größer machen. Also so jede Seite, sonst reicht das nicht von Platten. Äh, ne, so von außen runter wachsen. Oh, jetzt hab ich die kaputt gemacht. Jetzt komm ich hier gar nicht mehr durch, weil du schon diese Dinger da hingesetzt hast. Das wär natürlich taktisch total unklug. Was denn? Du hast schon diese Zäune hier hingesetzt, bevor ich die Weins machen konnte. Wachsen die automatisch runter? Die muss ich eben außen machen. Wachsen die automatisch runter? Ja, die musst du auch von außen machen. Ich häng die so da drüber, ne? Ja, ich mach die ja grad von außen. Alles gut. Ganz ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin gechillt. Ach, das klingt nicht so. Ja. Ist da was auch? Glaub ich dir nicht. Ich glaub's ja nicht. Oh, ja. Oh, nein, der Blockflug. Wollen wir jetzt überall diese Gittern machen? Ich dachte, wir machen noch einfach mal so ein Loch in den Turm. Damit der so ein bisschen kaputt aussieht, meintest du doch. Ja, ich hab dir nur paar mal hingemacht, so. Ja, überall, wo Löcher waren, um genannt zu sein. Oh, ja. Ja. Du widersprichst dir selbst. Ja. Oh, jetzt leuchtet meine P-Gex irgendwie viel mehr. Eins, zwei, oh, drei Kinder. Oh. Ähm. Hm. Ja, das sieht so krack aus. Das war doof. Oh. Noch einen. Hm. Ach, hier. Bitte fall nicht drüber? Ja. Ah. Hey. What the f... Wieso komm ich hier nicht hoch? Ah. Oh. Oh, ich seh den Sonnenuntergang. Ja. Machen wir hier auch noch so ein bisschen hoch. So, ja, machen wir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, ganz oben. Okay, ich komm hoch. So, hab ich erstmal überlegt. Oh. Okay, ich bin da. So, du meinst so vier Türme, so an den Rändern, oder? Äh. Oder was meinst du? Oder wollen wir so einen Raum da draus bauen? Ja, ich würde sagen, dass ich hier so ein bisschen mit Treppen halt noch so, hier so, so, ich weiß schon, so ein bisschen. So ein Rand bauen. So ein Rand bauen. Äh. Äh. Ja, wir müssen jetzt erstmal überlegen, wo wir diese Archimedings... So? Äh, nicht Archimedings... So? Ne, ich wollte eigentlich so rumsetzen und so rum. Also so halt. Immer so in die Richtung. Weil ich das mit zum Beispiel hier so machen, dass man hier dann so ein Fenster oder was reinmachen könnte. Keine Ahnung, muss man gucken. Das würde aber komisch aussehen, ein Fenster, weil das sich nicht so richtig damit verbindet. Ja. Was so ein provisorisches... Ja. Was sollte das? Ähm. Hör auf! Nein! Och Mann, Sandy. Das war echt scheiße. Das war echt jetzt scheiße. Du wolltest mich auch runterschmeißen gerade. Du wolltest mich auch runterschmeißen gerade. Ich wollte die nicht runterschmeißen gerade. Ich hab dir nur einen Steinblock da hingesetzt. Das war wirklich jetzt ein bisschen Kacke irgendwie. Oh. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Wo liegen denn jetzt meine Sachen? Die liegen... Ah, hier liegt was. Ja. Mal überlegen, wenn die hier hochkommt. Na toll. Hoffentlich finde ich alles wieder. Nein, 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 nein. So. Ja, mir fehlen jetzt fast alle Steine. Wo sind die? Ach, da liegt noch was. Oh. So. Ähm. Das wird vom Platz her ein bisschen eng. Ja. Hm. 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 Ich hab nicht alles wiederbekommen. Ich bin nur noch Level 2. Komm mal hoch, ob du so ein klassisches Zauberdingster haben willst oder ob du ähm... Was meinst du? Ja, ob du so hier ganz normale Form von willst. Da willst du den jetzt reinsetzen? Ich dachte, der sollte irgendwie so ein bisschen näher mittig. Ja, das geht ja nicht. Da ist wenig platzisch. Aber man könnte es auch so machen, dass man einfach so Bücher rein macht und dann das Ding irgendwo in der Mitte reinsetzt. Dass er wie so eine Bibliothek ist. Keine Ahnung. So wird es halt volles Ding geben. Ja, müssen wir aber einen Raum bauen auch irgendwie, oder? Hm. Kleinen. Dann können wir vielleicht diesen Sauron-Turm gar nicht so richtig nachbauen. Hm. Aber Graeville finde ich schon mal blöd. Prinzipiell. Ja, das ist doch nur... Das stellt doch noch das Zeug an. Ich weiß schon, was du meinst. Warum ist das da weg? Wollen wir denn irgendwie beim Sauron-Turm hier noch so Dinger ran machen? Türme? So an den Seiten? Ja, wie beim Turm von Sauron halt. Das sind auch noch so Stacheln an den Seiten. Ah, ja, können wir machen. Ja. Hm. 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 Ich hab gar keine Koppelstons mehr. Äh, ich hab Koppelstons. Ich weiß nicht, wie man die bauen könnte. Hier muss noch eins raus auf jeden Fall. Oh, nee. Oh. Ist irgendwie zu breit, oder? Nee, ich find, der sollte eher so schmal. Das ist aber zu schmal. Oder nicht? Nee, das ist ja nur so ein feiner. Das soll ja kein Turm werden. Hm. Oh, nee. Ah. Du musst dann hier nicht wieder eins weg machen. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Was? Dann ist er ja schon zu Ende. Deswegen wollte ich ja... Nee, aber du kannst... Wollte ich ja noch eins mehr machen. Kann ich ja noch da noch raus machen? Hm. Man könnte ja dann oben auf die... Ach nee, nee, nee. So ungefähr wär's... Ach nee, warte mal. Nee, stimmt. Ich hab wirklich was hier. So würde es passen. Ja, stimmt. Dann musst du aber noch hier unten... Ach shit. Fatsch. Nein. Kannst du mir kurz Blablöcke geben? Ja. Ein paar Blöcke. Ja. Springst du jetzt runter, oder? Nee, nee, nee. Nee, anix meine ich. Ach so. Shit. Oh. Tschüss. Jetzt machst du es wieder so breit. Ich finde es sieht komisch aus. Ich hab's noch nicht breit gemacht. Ich hab nur da hinten was hingesetzt, was sonst so abgehackt aus sah. Aber ich finde es geht zu weit nach außen. Es muss mehr nach oben. Weil die Spitzen sind noch nicht so arg nach außen. Ich glaub das sieht von außen auch ein bisschen komisch aus. Ich weiß es nicht. Ich würd sagen, das muss ab hier ein bisschen höher machen, statt weiter nach raus. Ab hier so. Soll ich's mal machen? So. Ähm, ja mach mal. Okay. Oh mein Gott. Mom, 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 Mom. Und tschüss. Alter. Schön. Okay, dann baue ich das mal um. Willst du es wirklich anfangen? Willst du es wirklich anfangen? Ich hab mich nur gerecht. Jetzt baue ich ihn auch wieder zurück, den Turm. Ich hab nur gewartet, bis du da hoch gehst. Guck mal, ich hab mir sogar was überlegt, um mich hier runter zu schmeißen. Wir bauen jetzt wieder ab. Tja, wer damit anfängt, der muss auch damit rechnen, das zurück zu bekommen. Du wirst nach dem Lava in... Warum? Du hast mich doch auch schon runtergeschopst. Es war ja nur fair, dass ich das auch mache. Du hast angefangen. Ja, und du wolltest mich auch anders schubsen. Mit nem Steinblock? Wie soll ich denn das machen? Ja. Oh mein Gott. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich gleich nochmal. Oh. Oh mein Gott, ich würde nochmal sterben. Komm, Creeper, Creeper, komm, Creeper, Creeper. Nein. Ich muss dich mal schnell in deinem Haus verstecken. Oh mein Gott. Ciao. Oh nee. Oh nee. Tja. 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 Ähm. Ne. Hm. Hm. Ich weiß nicht so richtig, wie man den bauen soll. Oh. Oh. Oh, was denn da passiert? Oh nein. Ja, weil ich hier schon wieder rumleck wie blöd. Das ist echt scheiße. Oh. Oh, jetzt sehe ich mal wieder deinen normalen Skin. Der Schild. Warte. Hä? Wovon sprichst du? Achso, Arnex hat so einen Schild. Das ist Arnex beim Dingster. Ich bin gerade in meinem Haus. Ich bin gerade mal im Haus. Ist aber irgendwie unsymmetrisch so. Oh, scheiße. Das ist auch nicht so richtig, wie man diese Plattform hier oben machen kann. Ja. Ja. Lass mich runter. Ditt, 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 ditt. Ähm. Oh, dann nehme ich eigentlich das ganze Eisen mit. Gute Idee.